. . . Was machst du wieder? Hast du es gut gefunden? Ähm... Das letzte Stück war der beste. Ja. Es hatte wirklich einen schönen Weg. Es war nicht so ein Loch ab. Das war gut. Aber ich hatte vorrätig. Es ist einfach nicht mein Eis. Darauf und abgeraden. Und jetzt muss es gehen. Ja, dann müssen wir uns nachher trainieren. Entschuldigung. Oder abspecken. Ja, wir arbeiten. Und automatisch. Aber weisst du, jetzt hast du wenigstens etwas verdient. Nein. Nein, jetzt alles. Du weißt du, Frau. Aber eben. Also, mit dem nimmt man den alle. Was? Mit dem nimmt man nicht ab. Aber wir haben Freude. Ja, wir haben Freude. Und mit dem ist es besser. Ja, von dem habe ich den Gutscher bekommen. Ja, ja. Warum? Ich hatte schon viel von dem heute. Ich habe jetzt auch noch viel Mineralt getrunken. Und wann weisst du noch? Ja. Mit Kaffeewasser. Das habe ich mir für dich nicht. Wie immer. Nein, komm Schatz. Mach mit. Nein. Hey, wir schauen es an. Jetzt dürfen wir es mal geniessen. Und dann auf geht's. Und das sollten wir recht sein. Kann ich doch heute dafür. Wenn du zunimmst, wenn du noch zulutscht. Wie immer. Süsses, süsses, süsses. Und ich nehme zu, wenn ich dir zu essen möchte. Okay. Ja, ja. Dann gehen wir noch die Eichhörte weg. Ist gut. Vielen Dank. Okay, ja. Kommt drauf an. Wenn du den Eichhörte noch fuhren. Nächster. Wenn du den Eichhörte belongingstashs, kannst du den Eichhörte nicht öffnen. Wenn du das mairst schお願いします wirst, Dann nach, wenn du lỗist. Wie immer. Und dann nach können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey!